Das heißt, hilft ihr Pläne-Kiem-B ist jetzt zu erwähnt, heute ist das aber instant der Headshot von Pulski. Nato schaut mit der AWP, trifft den Schottenschein, kommt von dem Schicken-Priefeuer-Shots, Treppen erstmal nicht, kommt mir nach, ich bin zum ersten Alex, er ist raus mit der zweiten! Nato, der Möglichkeit zum dritten! Nato, zum vierten! Was ist denn da los?! Und Robson im Eis gegen zwei! Keine Chance, aber es sprieht durch die Box rein! Vielen Dank!